Die Federklappenschneepflüge der TN-Serie sind optimal für leichte bis mittlere Räumaufgaben geeignet. Sie sind in Pflugbreiten von 2,50 m bis 3,40 m lieferbar. Die Keilvario-Schneepflüge der Baureihe Arox zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Diese Spezialpflüge sind in Pflugbreiten von 2,50 m bis 3 m lieferbar. Die mehrscharigen Schwinglenker-Schneepflüge der Baureihe Ramox zeichnen sich durch ihre hohe Laufruhe aus. Die Ramox-Schneepflüge sind in Pflugbreiten von 2,60 m bis 3,60 m lieferbar. Die technischen Daten der vorgestellten Modelle im Überblick. Die einscharigen Schneepflüge der Baureihe TN eignen sich optimal für den Einsatz im kommunalen Bereich. Dank des integrierten Federklappensystems, weicht das jeweilige Schar-Segment der TN-Schneepflüge Hindernissen ganz einfach nach hinten und oben aus. Die Arox-Keilpflüge eignen sich für eine Vielzahl kommunaler Fahrzeuge. Neben den gängigen Anbauplatten sind auch Anbauvorrichtungen für 3-Punkt-Fronthydraulikanlagen lieferbar. Das Keilvario-System der Arox-Pflüge ermöglicht ein einfaches Verstellen der beiden Flugschare in die Keilstellung, die normale Seitenstellung sowie in die V-Stellung. Die Ramox-Schneepflüge zeichnen sich dank hoher Laufruhe optimal für den Einsatz im innerörtlichen Bereich aus. Aber auch außerhalb geschlossener Ortschaften stellen die Ramox-Pflüge ihren professionellen Anspruch unter Beweis. Auf Wunsch sind alle Streuautomaten der Baureihe Yeti mit modernster Feuchtseilstechnologie erhältlich. Lieferbar sind die Yeti-Streuautomaten für die Unimog-Modelle U216 und U218 in Behältergrößen von 1,4 bis 2 Kubikmeter. Durch das integrierte Doppelförderschneckensystem sind auch Zweikammerausführungen lieferbar. Das Doppelförderschneckensystem der Yeti-Streuautomaten ermöglicht eine sehr flache Behälterbauweise und bietet dem Fahrer dadurch beste Übersicht und Fahrsicherheit. Moderne Räumtechnik für den Unimog U218 Bucher Municipal – Simply Great Machines Untertitelung des ZDF für funk, 2017